Und damit herzlich willkommen zurück Und wir sind am Tag Wir sind am Tag X Und was geht bei euch? Ich hoffe ihr habt Spaß bei der Folge Und ihr habt Spaß Weiter geht's Scheiß Jetzt geht sie auf Nein Das ist nicht so wie es passiert Du warst nicht hier Denk nicht an sie Bro Oh nein Ben ist tot Scheiße Status aktualisiert Gefallen Ben ist tot Er ist in seinem Wunden Durch den Hubschrauber Absturz gestorben Und hat Frieden gefunden Ich weiß nicht wie er so lange überleben konnte Aber ich bin froh darüber Aber ich bin froh darüber Das Versteck ist in der Nähe Und ich muss Shannon und Lydia unbedingt finden Außerdem ist Stella in Gefahr Ich muss sie retten Ich muss sie alle retten Und damit nochmal Herzlich willkommen zur Nächste Folge von Deadlight Leider, leider Huch Safe Haven So safe sieht das hier aber nicht aus Überall David Sterne Wir gehen mal ein bisschen schneller So atmosphärisch und dramatisch das hier auch gerade ist Der Ausleiter eines Fremden Sein Name lautet A.H. DeSalvo DeSalvo Entschuldigung Gut Dann gehen wir weiter Würde ich sagen Oh nö Oh Das ist schade Oh nein Noch mehr Zombies Oh geil Bei einem Schlag Das ist gut Da ist Zomo Boah Zwölf Kugeln What Na wir können Wir können gar keine mehr tragen Anscheinend Das will ich jetzt ausprobieren Können wir denn nochmal nachladen Na hör doch mal auf jetzt Mit A glaube ich Ah so Jetzt guck mal Ob wir da noch eine Kugel rausbekommen Ja Krass Voll viele Kugeln haben wir da Anscheinend bekommen Ach so Deswegen So ich muss schön weit weg Weil Dann sammle ich What the fuck Ach du Heilige Ah Pumpgun Boah das ist so geil Mit der Pumpgun Ey ohne Mist Verrecker Und tschüss Das war's mit euch Behinderten Scheißaffen So Aber nachladen Dann Wir nachladen Und Suchen Dann haben wir auch Denk ich mal schon Den Magazin voll Oh Hä Ach so Das ist ja natürlich Das Revolver Natürlich Und weiter Ganz schön Ach das ist ein Kopf Soweit ich sehe So viel ich sehe Bleib Liegen Oh Piss Nelke So Ich denke mal Das wird einfach so gehen Ja Lol Okay Und weiter Aufpassen Wir wissen ja Randy Cannot swim Hä Was war das jetzt Komisch Okay weiter Krass Wir müssen schnell sein Ja gut wir haben Ich hab gerade verkackt Ich schaff das jetzt Keine Angst Leute Stiefel Und weiter Safety is no more than a trap Aha Randy Sag mal Mama mia Pizzeria In dein es Was Das Anlauf nehmen Und los Hä Willst du mich verarschen Oder was Alter Nochmal Nochmal Samma Warte mal Wie ging dat nochmal Nochmal Halder Vater ey Das kann doch nicht Wahr sein Alter Junge Okay Doch mal Alter Vater ey Ich krieg ein Föhn Mann Was ist das Die Schnauze Ich kann gerade nicht in Stimme Guck mal Ihr macht noch nicht Mal was So ich muss nach rechts Springen Fail Wo Junge Willst du mich verarschen Oh nochmal Junge Ich hab lange noch keine Lust mehr Erst klappt's oder klappt's nicht Entscheide dich mal Junge Hey Mann Oh Junge Wie ne so ne scheiß Stelle To hunt the survivors Ich habe 300 Mal ducken gedrückt, aber er macht ja keine Rolle. Ich schrei voll ins Mikro. Hallo. Weiter. So, Anlauf und los. Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung. Junge. Schön Anlauf nehmen. Alter, ich kriege einen Fynn. Das kann nicht sein. Wie habe ich es denn beim ersten Mal geschafft? So, ich mache es genauso wie beim ersten Mal. Lol. Lol. Okay, gg. What the fuck. Okay, weiter geht's. Was für eine Scheiße. War ja klar. Ach, Mann, ey. Scheiß Zombies. Oh, oh. Ganz schön viel auf einen Schlag. Ah, weg da, weg da, weg da. Oh, schnell. Oh. Ich denke, die können hier ja auch durch. Scheiße. Scheiße. So, jetzt alle einzeln, bitte. Nummer eins, Nummer zwei, drei, vier. Oh, da kommen ja noch paar. Nein. Stopp. Oh. Weg da. Weg da, bitte. Scheiße. Ah. Mama, mir wird Seria. Und weiter. So, Holtzing nochmals. So, diesmal krieg der directly einen Headshot. Der Bastard da drüge dich auf. Und die kleinen Pistehäle auch. Na los. Hallo? Hä? Willst du mich verarschen? Tschüss, tschüss. Ja komm, wer will, wer hat noch nicht... Ey komm, komm, das kannst du mir nicht erzählen. So, bumm, bumm, ha. Ey, ey, nee, nee, was ist das denn für ne Schei... Dieses Spiel, dieses Schmäh... Ich werd grad selbst für nem Zombie, Alter. Ich pack gleich die Schrot aus, dann gibt's... Kopfgeballer, Alter. Na ja, schmal kriegst du ein Headshot. Kann der Rest gerne kommen. Wenn ihr wollt ja auch alle einen Headshot, so wie's ausschaut. Guck mal, guck mal, sie können mich treffen, obwohl sie noch hinter mir stehen. Ich lange hab keine Lust mehr. Alter, ich glaub wohl. Los! Weißer Schlangen glaube, hier kommen unendlich viele Zombies. Weil hier unendlich viele Zombies sind. Was muss ich machen? Sag's doch, bitte. Äh. Mama mia. Falsche Richtung. Aber weißt was, ich schieß jetzt einfach direkt auf das Fenster. Nein. Nein, lass doch... Was, das geht nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Weiß was, das kann man so ein bisschen schneller zu machen. Nehme ich einfach mal die Schotten. Für die kleinen Schlampen. Und tschüss. Jetzt. Jetzt hab ich grad ein Fenster. Ein kleines. Hallo? What? Was? Was? Ich glaub, das sollte gar nicht klappen. Uah! Nein. Jetzt hab ich nur 17 Kugeln. Ich hätt aber gerne 18. Und ich glaub, ich hol mir auch 18. Aber da kommen unendlich viele Zombies. Scheiß auf. Eine Kugel. Auf die eine Kugel kommt's nicht an. Das ist die Trap, die die neue Läge kreiert. Pulling in Survivors from all over the city. Das ist die neue Läge. Ach, komm ey. So, nochmal. So langsam. Das kann gut sein. Das ist aber geil, dass es jetzt so aussieht, sodass die Menschen schon gefährlicher sind als die Walker, nenn ich sie jetzt mal über Walking Dead selbst. Das fand ich auch so geil bei Walking Dead. Also eine mega geile Serie. Hab ich super gefeiert. Empfehle ich einfach nur jedem auch zu gucken. Ist mega geil. Und ist auch so ein bisschen ähnlich wie Deadlight. Sehr, 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 sehr fett. Ich wette mit euch, hier gibt es 100 pro ein paar Anspielungen auf The Walking Dead. 100 pro. 100 pro. Das Foto eines, ein Foto eines mit einer Militärbasis von 1962, die jetzt als versteckt genutzt wird. Im Kalten Krieg hat all diese Akten, die heute nicht mehr gebraucht werden, ein klares Ziel. Okay, ja, ihr seht schon, ich versuche so gut wie möglich alles in diesem Spiel zu finden. Wie nur, bzw. was nur geht. Denn sowas mache ich immer gerne. Ich liebe es, in Spielen rumzugucken und zu entdecken. Toll. Ganz geil. Super. Und nochmal. Super gemacht, Randy. Aber ich lasse mir diesmal keine Zeit. Also ich weiß, dass es da runterfallen wird. Wow. Na, schwack mal ab. Radarkuppel Fort Lawton. 5. Juli 1986. Auf Sendung. Es war alles eine Lüge. Wirklich alles. Es gibt kein Versteck. Nur ein Netz, um Verzweifelte und Unschuldige zu fangen und an die Weipern zu verfüttern. Mörder. Die die sch... Was? Um an die Weipern zu verf... Wiepern zu verfüttern oder Weipern... Weipern zu verfüttern. Mörder. Okay. Die die Schwachen und Verletzten eiskalde ausnutzen. Wo sind meine Mädels? Haben diese Leute sie erwischt? Ich schwöre, ich werde sie finden. Um jeden Preis. Ja, Leute. Warte mal kurz. Ich denke mal, wir werden sie jeden Preis in einer anderen Folge finden. In der nächsten Folge von Deadlight und ich bedanke mich erst mal an dieser Stelle fürs zu gucken und bis zum nächsten Mal bei Deadlight. Ich hoffe, die Folge ging jetzt genau so lang. Muss man gerade überlegen. Ja, die Folge dürfte jetzt ungefähr 17 Minuten gehen. Aber hier ist ein guter Punkt zum Speichern. Also einmal strecken wir. So. Ja. Und dann bis zur nächsten Folge bei Deadlight. Tschüssi.